Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video mit dabei ist heute der liebe SK-SHOOOOO! Yo, yo, yo! Der liebe Alpherstein! Der liebe Alpherstein! Super! Und iCrymax ist auch mit dabei! Skrrr, skrrr! Alf, würdest du dich kurz ready machen? Äh! Es wär echt nett, Alpherstein! Wir haben nicht allzu viel Zeit! Tobi vor uns! Gleich weg ins Schwimmbad! Ich muss jetzt schon, äh... Tobi, wir haben uns gerade was ausgedacht! Und zwar kennt ihr doch alle noch die wunderbare Erfolgs-Show The Gashis-Gastel! So, wir haben überlegt, wir machen Heidens-Sieg in einem riesigen Türen-Labyrinth Und der Sucher darf keine Waffe außer... Da kann man ein bisschen... Labyrinth! Mann, halt dein Maul, Alter! Labyrinth! Darf keine... Halt das Maul, Junge! Wir gehen nach Solti! Darf keine Waffe außer dem Jagdgewehr benutzen! Und die anderen gar keine Waffe! Die können sich aber durch verschiedenste Türen von dem Sucher relativ schnell entfernen! Und meine Freunde, es ist dem Sucher ebenso erlaubt, an manchen Stellen, Fallen zu platzieren! Ich würde sagen, wir gehen erstmal hin und bauen das wunderbar grösste schönste Labyrinth der Welt! Oder, Tobi? Labyrinth! 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 Alter, du hörst die Musik ... Wo rausspringen? Äh... Bei Solti, bitte, Schätzeleins! Das ist nämlich eine große Flaschen, wo wir genügend Platz haben! Drei! Zwo! Eins! Raus!! Labyrinth! Labyrinth! Wir suchen uns jetzt erstmal alle ein bisschen, ähm, von diesem wunderbaren... Nein, Stahl. Was? Landet mal da vorne bei den LKWs, da ist nämlich genügend Stahl. Ja, das könnte sein, dass du die Stromrechnung nicht bezahlt hast. Das machen die auch öfters, die Bildschirme, die... Ja, ja, die... Ja, ja, genau, das war wahrscheinlich nur so ein kleiner Fehler. Wir bauen hier vorne erstmal dieses wunderbare Haus ab, Leute, wenn ihr so nett sein würdet. Hier vorne das Haus... Alperstein, ich weiß nicht, was das soll. Wir haben uns schon begrüßt, also an der Stelle jetzt auch vielleicht ein bisschen spät. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. Was? Hä? Warum ist das Jetpack wieder zurück? Nein! Okay, es wäre trotzdem nett, wenn ihr hier vorne vielleicht kurz das Ding kaputt machen würdet, das Haus. Das Haus, was hier steht. Äh, hier explodiert gerade alles, ich höre dich nicht. Das Haus hier kaputt machen, Alperstein, mach das Haus hier kaputt. Alles kaputt machen, dass das Haus hier weg ist, dann wollen wir hier unser Labyrinth hin. Labyrinth. Dann geht's auch schon direkt los, Leute. Achtung! Was soll das? Was soll das? Tobi, du hast es doch eilig. Warum machst du das? Hat jemand, äh, Rocket? Nee, dann würde ich helfen. Baut einfach alles ab, baut einfach alles ab. Hab ich doch. Ja, wo ist der eigentlich, Alter? Der Loot. Ich bin her. Ja, helf uns mal mit, Alter, du fauler Hund. Lass ihn doch looten. Nein. Ich muss Sachen, äh, 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 äh. Ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal hier ganz kurz die Grundform des Labyrinths, wie groß das wird, ja? Labyrinth. Baut er jetzt mal oben drüber, bitte noch einen Boden drauf, Digi. Darauf kommen dann die ganzen Türen. Tobi, beruhig dich, bitte, danke. So, Leute, und dann wird darin heilentziekt, Alter, wie noch nie heilentziekt worden ist, meine Freunde. Aber anders, Digi. Aber anders, Digi. Dankeschön, Alperstein. Danke, du bist echt der Netteste. Wieso gibt's das Jetpack wieder, Alter? Hab ich irgendwas verpasst? Äh, abdick. U-Baum, U-Baum. Die Polizei kommt. Alter, es wird immer unangenehmer, mit dir aufzunehmen, Tobi. Sich mit dir in einem Raum zu befinden, ist wirklich echt einfach nur unangenehmer. Du bist nicht in einem Raum mit mir. Team Speak. Mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. Kaba, du Opfer. Er ist wieder an. Ich hab drei Chak-Chak. Baut doch mal hier einen Stahlboden. Baut doch mal jetzt hier einen Stahlboden. Hälft mir mit, Alter. Ich fahre mir gerade schon. Ich fahre mir, ich fahre mir. Ich fahre mir, ich fahre mir. Ich fahre mir, ich fahre mir. Junge, du machst gerade dein eigenes Video fertig, während wir mein Video aufnehmen. Du Hunde-Sohn. Komm jetzt hier rüber. Nimm mir Zeit für deinen Drecks-Content. Also nimm dir Zeit für meinen Drecks-Content. Komm jetzt hin, du Stück Sch***e. Ich war alles so lustig. Einfach dein Witze, Mann. Hör doch mal auf. Du, du, mein Sohn. Das ist echt geil. Dann such dir welchen, du Hurensohn. Mach das Holz weg da jetzt, Mann. Ey. Oben drauf kommen jetzt diese wunderschönen... Boah, Alter, ist dieser... Ich hasse einfach deinen so sehr, ne? Der ist zu dumm für alles, dieser Junge, Alter. Wieso nehme ich überhaupt mit ihm auf? Setzt mal alles hier bitte durch Stahl. Es muss alles Stahl sein. So, hier. Einmal drumherum Stahlwände. Und dann machen wir quasi einmal das hier. Wir bauen das jetzt genau so hier voll, wie ihr es gerade seht. Und überall kommen Türen rein. Im Baumarkt, da waren noch immer so Türen aufgebaut, so ganz viele. Da bin ich immer durchgelaufen. Kennst du das? Ja, okay, ich kenne das wirklich, aber ich glaube... Ja, dann bin ich immer gegen die verschlossene Tür, weil die waren auch manchmal zugesperrt. Dann habe ich nach dem Schlüssel gefragt. Wusstest du, dass zwischen diesen ganzen Türen ein, in der Mitte ein geheimer Raum ist von den Mitarbeitern? Also die Leute, die jetzt im Baumarkt arbeiten, die können mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist wirklich so, Alter. Da ist ein geheimer Mitarbeiterraum, ja. Da ist der heilige Graal versteckt. Sonderangebote, Tobi. Und nur wenn du Schlüssel findest, kommst du da rein. Leid und clever kaufen bei Obi. Wie, wo, was weiß Obi? Okay, habt ihr alles soweit fertig oder nein? Nee. Max, Alphastein, helft ihr gerade mit oder nicht? Ja. Sicher? Ich glaube, Alphastein ist AFK. Ach, Junge, Mann, ich hasse es, mit Alphastein aufzunehmen. Ich glaube, ich mache echt keine Videos mehr mit dem, wirklich. Ja, ist halt echt scheiße, Alphastein. Also, keine Ahnung, dann brauchst du noch nicht mehr mitmachen. Alphastein kannst du einfach nie anregeln, halt. Der hat so ADS, Alter. Das ist so anstrengend. Junge, bau, du H*** und Sohn. Beruhig dich. Nee, Digga, es ist unmöglich, sich zu beruhigen bei dir, Autistensohn. Bist du der dümmste und anstrengendste ADS-Kasma der Welt, dass du mithilfst. Das ist lustig. Boah, Junge, ich hasse ihn so sehr. Tobi, will der mich verarschen? V-Scheiß-Türen. Ich hab keinen Stahl. Dann such dir welchen, es ist ein Baugame. Du kannst Sachen abbauen. Mein Krab. Boah, du H***er. Halt der Uhr. Halt deine Fresse. Du nerviges Scheißkind, Alter. Ja, was? Komm, Max, go. Ja, ja, ich bin noch dabei. Oh, ja, ja. So, ihr versteckt euch jetzt. Ihr habt keine Waffen. Also, kommt mal bitte alle zu mir. Kommt alle bitte alle zu mir. Ähm. Okay. Alphastein, wenn du eine Waffe hast, ich nehme nie wieder mit dir irgendwas auf. Ich glaube, hier ist alles drin. Hier fehlen noch Türen bei mir. Echt jetzt? Ja, ja. Wo bist du? Ja, ich spring hier. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Ich zähle. Rein da, los. Rein da, Stein. Oh, let's go. Stell dir vor, ich hätte dich jetzt schon gehittert, Alter. Drei, zwei, eins und go. Ich komme. Okay, Jungs, wir müssen jetzt einfach auf Sound hören. Ja, ja. Hört mal auf euch zu bewegen, Jungs. Hört mal auf euch zu bewegen. Oh, mein Gott. Man verliert da auch echt schnell den Überblick als Sucher. Ey, Stein, hör auf, Mann. Du musst weglaufen, mehr darfst du nicht machen. Was hat er gemacht? Er baut wieder. Ich schwöre, der Junge. Mit dem Jagdgewehr ist es so schwer. Ein Hit. Aber wir wissen ja, wo Stein ist. Wir können einfach weglaufen. Ja, ja, wir wissen ja einfach wohl. Ja, einer down. Okay, nice. Okay. Ja, ja, es tut mir leid. Ja, ja. Was? Oh, ich höre ihn. Ich höre ihn auch, Tigger. Nein. Dürfen wir uns auch bewegen oder müssen wir da stehen bleiben? Nee, dürft ihr schon bewegen? Alter, ist das ein Brain-Fuck. Ja, ja. Ich habe so Angst, weil er kann überall sein. Stein, raus. Stein, hör auf. Geh raus. Geh da raus. Raus da. So, bleib. Hä? Alter, ich habe gar so Angst. Es ist vor allem, er könnte jeden Moment um die Ecke laufen. Ich höre Türen. Oh Gott. Alles gut, Bruder. Alles gut. Der ist irgendwo ganz bei uns in der Nähe. Ich höre ihn auch. Nein, der läuft gleich wieder. Nein, der läuft wieder. Nein, der läuft wieder. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ach, du Scheiße. Die Saps sind zu laut. Ich habe ihn verloren. Nein. Oh, Scheiße. Nein. Alter, war das ein Problem. Nein. Nein. Oh, der war auch so knapp. Was war das denn? S-Cash ist ja noch an dir dran. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, mein Gott, Alter. Ey, das ist so geisteskranker Nervenkitzel. Okay, I-Crox. Ich habe einen Asenshut. Spaß habe ich nicht. Ich sporte mal von oben. Okay, Leute. Jetzt kommt von oben noch eine zweite Sicht von Tobi dazu. Revi, seit wann darf man da oben entlanglaufen? Äh, habe ich nicht. Alter. Oh, Gott. Ey, das ist so heftig, Mann. Das ist so heftig. Oh, shit. Nein. Oh, shit. Der erste Hit, Alter. Nein. Ey, er prügelt. Er prügelt. Auf, also prügeln. Auf, hin. Auf, hin. Ich prügel dich auch tot. Ja. Ja. Was willst du denn hier? Hör auf. Hallo, wo kommt der Stein her? Auf Wiedersehen. Oh, Leute. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir einen anderen Sucher. Und ich würde sagen, einfach Steine ist dran. Willst du suchen? Ich will suchen. Okay, gut. Max, wechseln am besten das Team. Dein Jagdgewehr liegt hier vorne mit 300 Schuss. Keiner darf Waffen benutzen, außer Max. Auf Ehrenbasis. Max, hacken ist okay. Jagdgewehr und hacken. Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dass wir mal so ein bisschen Zerkeschis Castle in Fortnite nachbauen, dann lasst auf jeden Fall mal gerne 30 Milliarden Daumen nach oben da, Leute. Ihr wisst, wie es aussieht. Wahrscheinlich. Drei, zwei, eins und ich komme. Tobi, komm mal zu mir schnell. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Mach nichts, mach nichts, mach nichts. Lauf weiter. Lauf weiter, Junge. Lauf weiter. Loll. Mach doch nur Jagdgewehr benutzen, ne? Tobi, Alter. Meinst du, er rafft? Nee, oder? Hör auf, Junge. Du, Alzi. Hör auf, Tobi. Alter, ey. Oh, ich schwöre. Das wäre so ein geiles Versteck gewesen. Ich wollte den Strandball werfen. Das war nicht Absicht. Alphastein? Yeah. Ja, ihr findet mich nie. Max, du findest mich nicht. Aber macht ihr irgendwie so komische Tricks oder? Nee, nee, Tricks sind wir nicht. Aber, na, ich sag mal so. Tricks würde ich nicht machen. Hey. Hey. Besser doch. Oh mein Gott, das war ein Hit. Das war ein Hit. Das war ein Hit, Tobi. Ich hab's gehört. Das tut mir leid. Nein, lass nicht. Guck da auf die Lebensanzeige. Oh mein Gott. Aus der Entfernung erledigt. 2 Meter. So meine Freunde. Für euch beiden habe ich mir was Besonderes überlegt. Ja. Und zwar werde ich mal die gute alte Aufklärungsdrohne einsetzen. Aufklärungsdrohne einsetzen. Ey, das ist unfair, Alter. Du darfst nicht von oben gucken, Digga. Nicht von oben. Wo ist denn Max? Tobi. Ja, ich seh ihn gerade. Wo bist du, Rebi? Du bist vor zwei Minuten an mir vorbeigelaufen, Alter. Lol, Alpha, was machst du denn? Nein. Warte mal, ich hab hier grad... Hör doch auf, du schieb den, Digga. Wow. Digga. Nein, nein, du w***er Alferstein. Du kleiner, ehrenloser Hundesohn, Alter. Alter, 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 du bist der größte Penner von allen. Wo seid ihr jetzt hin, Alter? Alferstein, Alter, das war so ehrenlos von dir. Verpiss dich, Junge. Ich hasse dich so sehr, Alter. Alferstein, verpiss dich jetzt von mir, Alter. Oh, oh. Ihr müsst doch hier... Digga. Hörer. Alter. Oh, Alferstein ist weg. Nice, Digga, nice. Ey, Tobi, du glaubst es nicht. Ja, ich seh es, ich seh es. Man sieht es gerade immer in der wechselnden Ansicht, Leute. So geisteskrank, dieser Spielprodukt ist. Das ist echt heftig, Alter. Vor allem, wenn man hier überall Golf spielen kann. Schieß mal von oben ein paar Bälle rein, Tobi. Ja, ich versuch's gerade, aber ich bin nicht so gut in Golf. Nein! Nein, Junge. Oh mein Gott, Alter. Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann smacht auf jeden Fall den Like-Button da oben. Lasst mir auf jeden Fall einen Sub, da ist kostenlos und nutzt sich. Tobi, warum hast du dich umgebracht? Warum tust du das, Alter? Das musst du nicht. Du hast schon 2 Millionen, was willst du? Ja, 5. Schaut auf jeden Fall bei Alferstein vorbei, Leute. Und bei Alcrimax und bei Tobi. Und das war's mit einem wunderschönen Video. Macht's gut, meine Freunde. Haut da rein. Bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss. Yay. Tschüss. 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 Vielen Dank.